Tagesordnungspunkt 20 sowie Zusatzpunkte 3 und 4, Beratung von Vorlagen zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbar. Herr Kollege Bartsch, ich gehe nach wie vor, dass ich aufrufe. Selbst für die Gruppe Die Linke ist das einfach der Fall. Sie wollen nach Hause! Das ist ein Protokoll. Sie können auch gehen, wenn Sie nach Hause wollen. So ist das nicht. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner das Wort dem Kollegen Dr. Lieber Bartsch für die Gruppe Die Linke. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Heute, vor 43 Jahren, genau heute, fand im Bonner Hofgarten eine Demonstration gegen den damaligen NATO-Doppelbeschluss statt. 300 000 Demonstrantinnen und Demonstranten, das war die größte Demonstration bis heute in der Geschichte der Bundesrepublik. Damals demonstrierten so viele Menschen, nachdem es vier Jahre eine öffentliche Debatte über die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf westdeutschem Boden gegeben hatte. Und heute? Derzeit diskutiert seit vier Monaten Öffentlichkeit, Politik und Medien sehr, sehr eingeschränkt über die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen, weil der Kanzler aus heiterem Himmel im Juli die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen bekannt gegeben hat. Diese Entscheidung war gefallen ohne eine öffentliche Debatte und auch ohne eine Information des Bundestages. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Eine so weitreichende sicherheitspolitische Entscheidung muss seriös diskutiert werden. Meine Damen und Herren, in der Debatte wird dann häufig behauptet, dass die Stationierung der Mittelstreckenwaffen in irgendeinem Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen würde. Das ist, ehrlich gesagt, an den Haaren herbeigezogen. Der frühere Oberst Wolfgang Richter hat in einer Studie für die Ebert-Stiftung gesagt, dass die Stationierung auf dem Konzept der Multi-Domain-Taskforces aus dem Jahre 2017 fußt. Das war fünf Jahre vor dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Bis heute ist über die Stationierung der Mittelstreckenraketen nahezu nichts bekannt, zum Beispiel über die Dark-Igel-Raketen. Da wird gemutmaßt, dass sie 2.800 Kilometer weit fliegen können. Damit könnte Deutschland das gesamte Gebiet des europäischen Russlands bis hin zum Volker-Uralgebiet erreichen. Als Begründung wären die Iskander in Kaliningrad herangezogen. Da kann ich nur sagen, die Iskander aus Kaliningrad würden zwar meine wunderbare Geburt statt Strahlsund erreichen, aber bis in meinen Wahlkreis nach Rostock würden die schon nicht mehr kommen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Deswegen kann ich nur darum bitten, stimmen Sie unserem Antrag zu. Lassen Sie nicht wieder US-Mittelsstreckenraketen hier stationieren. Was unser Land wirklich braucht, um sicherer zu werden, sind mit Sicherheit keine US-Mittelsstreckenraketen. Herzlichen Dank. Ich kann sagen, ich bin im Hofgarten dabei gewesen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist der Kollege Falko Drossmann. Spannend. Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir debattieren dann also einen Antrag der Gruppe Die Linke und zwei Zusatzanträge des sogenannten Bündnisses Sarah Wagenknecht. Oberflächlich könnte man meinen, alle drei hätten dasselbe Ziel. Dies umso mehr, als dass Sie Ihren Vorbemerkungen und Begründungen durch Weglassen historischer Kontexte ein falsches Bild der Wahrheit zeichnen. Deshalb möchte ich Sie kurz korrigieren, und zwar beide. Zu Recht schreiben Sie, dass es die USA waren, die 2019 den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme gekündigt haben. Das stimmt. Was Sie aber verschweigen, ist die Tatsache, dass es Russland war, dass durch die Entwicklung, Testung und Einführung von Waffensystemen, zum Beispiel des Waffensystems Iskander, also nuklearen Kurz- und Mittelstreckenraketen, den INF-Vertrag seit Jahren gebrochen hat und sich seit Jahren nicht mehr daran gehalten hat. Russland wollte, dass dieser Vertrag beendet wird. Selbst als die USA anboten, den Vertrag in Kraft zu halten, wenn Russland diese neuen Atomraketen wieder abschafft, übrigens in Absprache mit der Bundesrepublik, wurde dies von Russland bewusst ignoriert. Es rüstete weiter auf, und es rüstete nuklear auf. Ob im Privaten oder Politischen, wenn ein Vertragspartner über Jahre vertragsbrüchig ist, dann ist es meiner Ansicht nach rechtens legitim und ehrlich, diesen Vertrag zu kündigen. Punkt. Und schon, meine Damen und Herren, diese selektive Form der historischen Einordnung oder andersherum Halbwahrheiten zur Grundlage seines Antrags zu machen, ist fatal in einer Demokratie. Und eine bewusst eingesetzte halbe Wahrheit ist auch mindestens eine halbe Lüge. An diesem Punkt aber enden die Gemeinsamkeiten zwischen dem Antrag der Linken und den Anträgen der Wagenknechtbewegung. Der Antrag der Gruppe der Linke ist nämlich glaubwürdig, und er markiert exemplarisch auch die historische Differenz zwischen der SPD und dem, was sich heute Die Linke heißt. Uns eint das Wissen, uns beide, dass Kriege nie von denen gefochten werden, die sie auslösen. Uns eint das Wissen, auf der Linken, dass es gerade die sogenannten einfachen Menschen sind, die unter Kriegen leiden. Nur selten jene, nur selten jene, die sich an ihm eine goldene Nase verdienen. Was uns eint, ist der Wunsch nach Frieden, nach Freiheit in einer solidarischen Gesellschaft. Was uns unterscheidet, ist, dass auch historisch die SPD keine bedingungslos pazifistische Partei ist und war. Wir sind und wir waren nicht naiv. In der Geschichte haben wir gelernt und stehen auch heute dazu, dass Freiheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat es wert sind, auch verteidigt zu werden. Und dass sie verteidigt werden müssen gegen jene, die Demokratie durch Totalitarismus ersetzen wollen. Und genau das ist auch die Aufgabe eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden dem Antrag der Linken deshalb nicht zustimmen. Die Zusatzanträge der Gruppe BSW allerdings lassen mich ein wenig ratlos zurück. Zum einen wollen Sie in diesem Fall eine Volksbefragung. Bon mot am Rande, die abwesende Frau Dr. Wagenknecht, Sie sitzen seit mehr als 20 Jahren in Parlamenten. Wenn Sie doch der repräsentativen Demokratie so wenig zutrauen, was machen Sie denn dann hier? Liegt es vielleicht daran, dass es sich als Berufspolitikerin und Einkommensmillionärin vielleicht doch ganz gut lebt? Und diese Forderung ist reiner Populismus, die Sie hier aufstellen. Sind Sie vielleicht doch, Herr Präsident, ich zitiere, eine Murxistin, als die Wolf Biermann sie bezeichnet? Und noch etwas. Schon in Ihrem Antrag zeigen Sie auf, was Sie vorhaben. Sie nutzen Halbwahrheiten, um Menschen auf Ihre Seite zu bringen. Und auf diesen Halbwahrheiten wollen Sie Volksentscheide durchführen. Und wenn Ihnen das Thema doch so wichtig ist, warum nehmen Sie denn nicht an den Diskussionen hier in diesem Hause teil? Man muss nicht einer Meinung sein, aber man kann ja diskutieren. Warum bleibt der Stuhl der Gruppe Sarah Wagenknecht im Verteidigungsausschuss regelmäßig leer? Sie nehmen an den Debatten nicht teil. Und ein Letztes, das eigentlich perfide an diesen Zusatzanträgen ist doch, dass Sie eine grobe Umkehr der Wahrheit vollziehen. Und an diesem Punkt wird aus Halbwahrheit, und das gilt nur für die Gruppe Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht, Entschuldigung, hier wird aus Halbwahrheit schlicht Lüge. Für Sie sind die Amerikaner das Übel. Kein Wort über die betankten russischen Atomwaffen Iskandakar und übrigens Kalibre. Da stehen mehrere verschiedene Systeme, die jetzt in diesem Moment schussbereit in Kaliningrad stehen, mit einer Reichweite von 500 Kilometern, 1.300 Kilometern bis zu 2.600 Kilometern. Diese Waffen erreichen Berlin in wenigen Minuten. Kein Wort über die brutalen Angriffe Russlands auf die Ukraine Unterbruch, jeden internationalen Rechts. Kein Wort darüber, dass diese Stationierung der amerikanischen Raketen temporär ist, bis wir in der Lage sind, diesen Schutz mit europäischen Systemen sicherzustellen. Eigentlich, das sage ich sehr vorsichtig, können wir auch ein wenig dankbar sein, dass die Amerikaner uns das zur Verfügung stellen an dieser Stelle, was wir jahrzehntelang nicht gemacht haben. Und natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, kein Wort darüber, dass auch unser Volk, die Menschen unseres Landes, unsere europäischen Freunde das Recht haben, sich zu verteidigen. Noch einmal, und um noch einmal, Herr Präsident, Sie erlauben das bestimmt nicht, wenn Sie erlauben, noch einmal Wolf Biermann zu zitieren, Frau Wagenknecht, Sie sind keine zweite Rosa Luxemburg, Sie sind eine Karikatur auf Rosa Luxemburg, die sich hat als Linke wählen lassen, um sich dann um 180 Grad zu wenden und unter dem Vorwand von Frieden nichts tut, als unsere Freiheit, unser Land und unsere Menschen für eigene Zwecke zu missbrauchen. Sie vergiften den politischen Diskurs an jeder Stelle, indem Sie Menschen Angst machen und indem Sie Täter zu Opfern stilisieren. Sie kritisieren unseren Bundeskanzler, wenn er vermeintlich zu wenig Diplomatie zeigt, und noch mehr kritisieren Sie ihn, wenn er Diplomatie anbietet. Ja, was denn nun? Es geht Ihnen doch an keine Stelle um die Sache. Sie lachen über die SPD, Sie lachen über uns, wenn wir über Fragen, wie Krieg und Frieden diskutieren. Hier geht es um Leben und um Tod. Wir sagen da nicht Hurra im Gleichschritt Marsch, wie das vielleicht andere Gruppen hier in diesem Hause tun. Wir wollen über diese Fragen diskutieren, denn wir wollen die richtigen Lösungen finden, und das macht uns auch aus. Ich sage Ihnen sehr klar, unser Land, unser Europa und unser Bündnis sind es wert, verteidigt zu werden, und wir werden es Ihnen nicht überlassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Drosmann. Ich weise jetzt noch einmal darauf hin. Das Präsidium, der Präsident, muss nichts genehmigen, was Bestandteil Ihrer Rede ist. Ich muss Ihre Rede auch nicht genehmigen. Insofern brauche ich auch Zitate, die in Ihrer Rede verwandt werden, auch nicht genehmigen. Das schütte sich immer gut an. Das ist eine gute Einleitung. Nächster Redner ist der Kollege Florian Hahn, der jetzt berücksichtigen wird, dass ich nichts genehmigen muss. Sehr geehrter Herr Präsident! Vielen Dank für den Hinweis. Mir als Bayern würde das sowieso widerstreben. Aber kommen wir zum Ernst der Diskussion. Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede gleich unmissverständlich festhalten. Die Unionsfraktion steht ausdrücklich hinter dieser Stationierungsentscheidung. Sie ist notwendig für eine glaubwürdige Abschreckung, und sie schließt vor allem auch eine entscheidende Fähigkeitslücke. Die heutige Debatte über die Stationierung von US-Raketen in Deutschland zeigt mir aber, unabhängig davon, dass es richtig ist, dreierlei ganz deutlich. Erstens. Die Bundesregierung glaubt es nicht nötig zu haben, die Stationierungsentscheidung zu erklären. Oder aber der Bundeskanzler hat Angst vor Teilen seiner SPD, wie dem Fraktionsvorsitzenden Mützenich oder dem Kollegen Stegner, die die Stationierung sicherlich nicht so in den höchsten Tönen loben würden, wie Sie das gemacht haben, lieber Herr Droßmann. Aber diese Politik der Nichtkommunikation öffnet erst recht den Raum für Mythen und führt zu Verunsicherungen in der Gesellschaft und ist brandgefährlich und wird genau von der Kollegin Wagenknecht und anderen genutzt. Deswegen ist das ein schweres Versäumnis. Deswegen bin ich durchaus dankbar, dass wir diese Debatte heute führen. Zweitens. Die Debatte zeigt die teilweise naive Einschätzung einiger Fraktionen und Gruppen hinsichtlich Russlands und ein stures Festhalten an einer Weltsicht, die aber auch rein gar nichts mit der Realität zu tun hat. Was nicht ins Weltbild passt, darf nicht sein. Die USA sind immer die Bösen, und mit Putin muss man nur mal ordentlich reden, dann geht das schon. Um das hier deutlich zu sagen, Russland ist der Aggressor, der die Fähigkeiten entwickelt und den Willen hat, den alten sowjetischen Einflussbereich wiederherzustellen. Deswegen ist nur eine glaubwürdige Abschreckung nützlich. Dafür brauchen wir eine starke und geeinte NATO inklusive der Vereinigten Staaten. Drittens. Der Antrag zeigt eine erschreckende fachliche Unkenntnis. Er verwechselt nicht nur Ursache mit Wirkung, sondern offenbart auch fehlenden militärischen Sachverstand. Die Stationierungsentscheidung ist eine Reaktion auf die Stationierung der unzähligen Mittelstreckenraketen Putins in Oblast Kaliningrad und Westrussland. Übrigens unter Missachtung von Rüstungsabkommen und ohne irgendwelche Gesprächsangebote. Diese Raketen bedrohen den gesamten Ostseeraum, lieber Herr Bartsch, und machen uns erpressbar. Und ähnlich wie die SS 20 in den 80er Jahren, das wollen und können wir genauso wie in den 80er Jahren nicht hinnehmen. Moskau versteht deswegen nur eine Politik, die Politik der Stärke und der Abschreckung. Und daher wurde 2023 politisch einhellig festgelegt, dass die NATO bereit, willens und in der Lage sein müsse, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen. Aus militärischer Sicht ist das eine komplexe Aufgabe. In Bezug auf die russischen Mittelstreckenraketen heißt das, wir müssen in der Lage sein, diese abzuwehren, aber auch selbst durch Systeme mit vergleichbaren Fähigkeiten abschrecken. Die Bundeswehr verfügt in ihren Arsenalen derzeit nicht über präzise und reichweitenstärke Flugkörper einschließlich der Deep Precision Strike-Fähigkeit. Daher schließen die amerikanischen Waffensysteme SM6, Tomahawk und Dark Eagle eine wichtige und dringende Fähigkeitslücke für eine glaubwürdige Abschreckung. Wir sollten dankbar für das Angebot der USA sein. Gleichzeitig wird deutlich, dass die USA trotz ihrer vielfältigen Herausforderungen zu dem Sicherheitsversprechen in der NATO und gegenüber Europa stehen. Sie verbinden damit auch eine Erwartungshaltung gegenüber Deutschland, dass auch wir unsere Hausaufgaben machen. Und diese lauten, wir müssen eigene vergleichbare Fähigkeiten entwickeln und vorhalten. Denn die Stationierung der US-Systeme ist nur temporär vorgesehen. Doch was macht die Bundesregierung? Sie ruht sich auf der Stationierungsentscheidung, stellt keinerlei Weichen, selbst entsprechende Kapazitäten zu entwickeln und einzuführen. Und das ist nicht nur sicherheitspolitisch, sondern das ist auch wirtschaftspolitisch verheerend, verehrte Damen und Herren. Halten wir fest, diese Regierung erklärt der Öffentlichkeit weder die Stationierung, noch steigt sie in die Entwicklung eigener vergleichbare Fähigkeiten ein. Sie legt die Hände in den Schoß. Und zu einem Überfluss verfährt sie genauso mit den neuen zusätzlichen NATO-Anforderungen, die diese Woche bekannt geworden sind. Das ist sicherheitspolitisch verantwortungslos und spielt nur Putin in die Hände. Aber es passt ins politische Bild dieser Bundesregierung. Zu viele Vertreter der Ampel unterschätzen, ähnlich wie die Parteien am rechten und am linken Rand, nach wie vor die imperialistischen Bestrebungen Putins und haben nicht begriffen, wie wenig Zeit bleibt, um uns auf eine mögliche Aggression Russlands auf Bündnisgebiet unseren europäischen Nachbarn und von uns vorzubereiten. Denn eins ist vollkommen klar. Putin nutzt jede Schwäche seines Gegenübers gnadenlos aus. Und in dieser Lage dürfen wir uns nicht bringen lassen. Deshalb setzen wir auf Abschreckung und begrüßen die Stationierung dieser Waffensysteme. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gaeli Speller-Werk mit den 90er Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Wie wir in diesem Hause wissen, wird Politik mit Worten gemacht. Debatte ist ein essentieller Teil unserer Demokratie. Das bedeutet, verschiedene Meinungen anzuhören, auch Raum für Kritik zu geben und sich gemeinsam als Gesellschaft auch mit schwierigen Entscheidungen auseinanderzusetzen, Entscheidungen zu erklären. Tun wir das nicht, überlassen wir das Feld denjenigen, denen unsere demokratische Kultur ein Dorn im Auge ist. Denn sie nutzen diese Lehrstellen zu ihrem eigenen Vorteil. Sie finden vermeintlich einfache Antworten auf teils komplizierte Fragen, lassen Informationen weg, die ihnen nicht passen, oder verbreiten schlichtweg Lügen. Nun sprechen wir heute über die Stationierung von Mittelstreckenraketen in unserem Land. Sie sollen an erster Stelle durch Abschreckung unsere Sicherheit gewährleisten und uns im Ernstfall konventionell verteidigen. Bei einer solch weitreichenden sicherheitspolitischen Entscheidung braucht es eine breite, informierte Debatte, braucht es auch eine Erklärung des Kanzlers. Beides gab es so bisher leider noch nicht. Stattdessen wurden viele von der Entscheidung überrascht und auch mit offenen Fragen zurückgelassen. Damit wurde die gerade schon angesprochene Lehrstelle geschaffen. Ein Einfallsturm für eine Debatte in Extremen und für Falschinformationen. Schon seit Beginn des brutalen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine werden Worte immer wieder als Waffe gegen uns, vor allem gegen die Ukraine, eingesetzt. Russland verbreitet Lügen und versucht, die öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen und uns als Gesellschaft zu spalten. Und leider hinterlassen diese Worte Spuren. Daher müssen wir Antworten haben, wenn Menschen in Deutschland uns fragen, warum brauchen wir Mittelstreckenraketen in Europa? Und zur Wahrheit gehört, der Kollege Drossmann hat es ausgeführt, Mittelstreckenraketen in den Händen Putins bedrohen seit Jahren Deutschland und unsere Partner. Er richtet sie auf uns, auf unser Europa. Damit hat Russland den INF-Vertrag zum Scheitern gebracht. Und ein neues Abkommen wird es absehbar unter Putin auch nicht geben. Stattdessen droht er offen mit Atomwaffen und streut Angst und Verunsicherung. Er ist bereit, seine Waffen mit nuklearen Sprengköpfen zu bestücken. Und dabei spielt es keinerlei Rolle, dass wir uns auf konventionelle Waffensysteme beschränken. Seine wiederholten Drohungen sollen uns einschüchtern und die Ukraine in den Diktatfrieden treiben. Und trotzdem gibt es auch hier in unserem Hohen Hause immer noch Menschen, die nicht anerkennen wollen, wer der Kriegstreiber in Europa ist, wer den Dialog auf allen Ebenen ablehnt und wer sämtliche Abrüstungsbemühungen boykottiert. Wenn wir dem russischen trojanischen Pferd in Form von AfD und Co. keinen Einlass gewähren wollen, müssen wir eine informierte Debatte ermöglichen. Nur so schaffen wir Raum für Zwischentöne, Abwägungen und differenzierte Antworten. Und eines ist dabei klar. Wir wollen nachhaltigen Frieden in Europa. Und wir lassen uns nicht erpressen. Wir sind nicht Putin. Wir wünschen uns ein Europa, in dem kein Land Angst vor einem Angriffskrieg haben muss. Ein Europa, in dem wir keine Mittel- und Kurzstreckenraketen aufeinanderrichten müssen. Ein Europa, in dem wir abrüsten und nicht aufrüsten. Deswegen setzen wir uns überall, wo möglich, für internationale Rüstungskontrolle ein und werden dies auch weiterhin tun. Und auf dem Weg dahin wünsche ich mir einen differenzierten gesellschaftlichen und politischen Austausch. Dieser muss auch von oben angestoßen werden. Und ich wünsche mir einen Austausch, der weder Putin verharmlost, noch jegliche Fragen vorverurteilt. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Jan Reif Neute, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Befürworter der Tomahawk-Stationierung in Deutschland argumentieren ja mit der abschreckenden Wirkung dieser Waffe und verweisen auch auf die Unterlegenheit europäischer NATO-Staaten bei weitreichenden Waffensystemen. Und ja, das stimmt. Diese Unterlegenheit ist auch da. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, dass Russland Kinschall stationiert hat in Kaliningrad und taktische Nuklearwaffen in Belarus. Auch das gehört mit zur Wahrheit. Das haben BSW und Linke ein bisschen weggelassen. Man muss aber hier schon beide Seiten mit betrachten. Die richtige Antwort darauf ist aber nicht, jetzt Tomahawk-Raketen in Deutschland zu stationieren. Die abschreckende Wirkung der NATO basiert auch überhaupt nicht auf ein paar Tomahawk-Raketen, sondern auf den nuklearen Fähigkeiten der NATO. Wir sehen das ja gerade auch am Beispiel Russlands. Der Grund dafür, dass noch keine NATO-Staaten in diesem Krieg mit eingetreten sind, sind ja nicht die weitreichenden russischen Waffensysteme, sondern die nuklearen Fähigkeiten Russlands. Und so kompensieren die nuklearen Fähigkeiten der NATO diese temporäre deutsche Fähigkeitslücke. Und dazu kommt, dass wir ja jetzt eigene weitreichende Waffensysteme in Europa mitentwickeln, was gut und richtig ist. Wir hätten also überhaupt keine zusätzlichen Vorteile durch diese Tomahawk-Stationierung, hätten sehr wohl aber neue Risiken. Nämlich zum einen, dass wir mehr zur Zielscheibe werden als ohnehin schon. Und zum Zweiten, dass wir eine Aufrüstungsspirale in Europa in Gang setzen. Und das kann nicht im deutschen Sicherheitsinteresse sein. Viel besser wäre es da doch, diese Stationierungspläne gewissermaßen zur Verhandlungsmasse zu machen, anzubieten, auf die Stationierung von Tomahawk zu verzichten und im Gegenzug die Forderung an Russland zu richten, seinerseits Abrüstung in Kaliningrad und Belarus zu betreiben. Wir müssen uns doch irgendwann mal überlegen, wie wir in Richtung Deeskalation kommen hier in Europa, meine Damen und Herren. Und es stimmt, es stimmt, dass wir dieses Thema im Plenum hier hätten beraten können. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite hier über Mini-Einsätze debattieren, regelmäßig, aber über außenpolitische Entscheidungen von solcher Tragweite. Da werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Das wird der Bedeutung dieses Parlaments nicht gerecht. Wir haben einen eigenen Antrag zum Thema, der in den Ausschuss überwiesen ist. Den vorliegenden Anträgen werden wir nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist Alexander Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Geschichte wiederholt sich. Mit dem NATO-Doppelbeschluss, der damals in Deutschland hoch umstritten war, wurden die Grundlagen gelegt für die Zeit der großen Abrüstungsabkommen. Start I, Start II, INF, Chemiewaffenabkommen, Sie kennen das alle, die Phase der späten 80er, frühen 90er war geprägt vom Ende des Kalten Krieges und mündeten schließlich in der deutschen Einheit. Damals wie heute reagiert der Westen auf die einseitige Aufrüstung Russlands, die zuerst stattgefunden hatte. Damals wie heute weigerten sich die Russen, im Gefühl der Überlegenheit an den Verhandlungstisch zu kommen. Damals wie heute hat der Westen ein starkes Signal der Entschlossenheit gezeigt und damit den Weg für Verhandlungen überhaupt erst mal geöffnet. Wer auf Bedrohung und Druck mit Appeasement reagiert, der sorgt dafür, dass die Schurken dieser Welt das Ruder übernehmen. Wer eine friedliche Weltordnung durchsetzen will, die auf Völkerrecht basiert, auf den Prinzipien von Frieden und Freiheit, der kann das nur, wenn er die entsprechende militärische Stärke auch in seinem Rücken hat. In der Debatte heute war es ein bisschen verwunderlich, wie der Kollege Hahn gesagt hat, die Union stünde hinter dem Beschluss. Er hat wahrscheinlich die CSU gemeint, denn die Ministerpräsident Kretschmer, noch ist er kein Ministerpräsident, Landesvorsitzender Vogt. Die haben jetzt in der FAZ bekannt gegeben, dass sie die Außen- und Sicherheitspolitik von Sarah Wagenknecht kopieren und übernehmen. Wer dieses Land regieren will, sollte in solchen zentralen Fragen mal seine Haltung klären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damals wie heute verteidigen wir unsere Freiheit nur mit Mut, Stärke und Entschlossenheit, und deswegen stehen wir zu dieser Stationierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Rednerin ist die Kollegin Sacklin-Nastitsch für die Gruppe BSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ab 2026 möchte die Regierung US-Mittelwaffen auf deutschem Boden mit einer Reichweite bis zu 2800 Kilometern vor den Türen Russlands stationieren. Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius behaupten, damit müsste man eine europäische Fähigkeitslücke schließen. Erfahrene Militärexperten wie Oberst, ade, Herr Richter widersprechen dem ausdrücklich und warnen vor einer zusätzlichen Eskalation. Meine Damen und Herren, der militärische Realitätscheck der Abschreckung. 60 Prozent der weltweiten Militärausgaben entfielen 2023 auf die NATO-Staaten. Russland lag bei 110 Milliarden, also 1.341 Milliarden versus 110 Milliarden. Die US-Hyperschallraketen können binnen Minuten ohne Vorfahrtzeit im russischen Kernland einschlagen, um es mit Herr Kiesewitters Worten zu sagen, den Krieg nach Russland tragen. Wir sagen, beenden Sie diesen Irrsinn. Wir wollen den Krieg nicht nach Russland tragen. Wir wollen Frieden in der Ukraine, und das geht nur über Diplomatie. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Über den ganzen Unsinn, der hier verbreitet wird, Russland hat niemand von der NATO angegriffen. Wir sind nicht im Krieg mit Russland. Wir haben bis jetzt, weil bisher die Forderung von Herrn Kiesewetter und den anderen hier zurückgewiesen wurde, durch den Bundeskanzler zu Recht keine Taurus zu liefern. Was die Amerikaner jetzt machen wollen, ist, in unserem Land zusätzliche Atomraketen mit langer Breivkeit zu stationieren, und das in fünf Gebieten der Welt. Das, was nämlich bei uns geplant ist, wird noch in fünf anderen Regionen, zum Beispiel im asiatischen und pazifischen Raum, geplant. Das wissen Sie alles nicht. Dann muss der Bundestag aber auch eine öffentliche Debatte anleiern, wo die Herrn Richter, Kujat, Fahd und andere etwas davon verstehen. Denn Sie verstehen nichts davon. Da muss die Öffentlichkeit aufgeklärt werden. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will keine Atomwaffen. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Über die Atomwaffen können nämlich nur die USA entscheiden. Herr Kollege Fahle, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Aber das Ziel sind wir in unserem Land. Wir wollen leben. Herr Kollege, ich weiß nicht, warum ich mich dauernd das Wort entziehen muss. Entziehen Sie es wohl. Aber jetzt seien Sie mal ganz ehrlich. Herr Kollege, Herr Kollege Fahle, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf, weil Ihr Benehmen schlicht und ergreifend auch zur späten Stunde nicht akzeptabel ist. So. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Markus Faber, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich möchte dann zum Thema zurückkehren. Ich bin heute zum ersten Mal in meinem Leben der Gruppe Die Linke dankbar. Herr Bartsch, vielen Dank, dass Sie dieses Thema heute aufgesetzt haben. Ihre Bad Bank des BSW hat es über Monate nicht geschafft. Sie über dieses Thema, dass Sie in der Öffentlichkeit gerne viel reden, auch hier im Deutschen Parlament, wo es hingehört, aufzusetzen. Sie geben uns damit die Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass unser Land, Deutschland, mit 31 Verbündeten in der NATO sicherer ist als ohne 31 Verbündete. Sie geben uns die Gelegenheit, darüber zu sprechen, dass eine bündnisfreie Ukraine überfallen wurde, während wir hier glücklicherweise in Sicherheit leben. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Meine Anregung ist aber auch an das BSW, das direkt neben Ihnen sitzt. Wo ist denn eigentlich Ihre Parteivorsitzende Frau Zahnknecht? Ich sitze Sie heute hier nicht. Sie hat die Gelegenheit heute schon ausgelassen, bei der stärksten deutschen Friedensbewegung zu reden. Heute am Brandenburger Tor kam die mitgliederstärkste deutsche Friedensbewegung zusammen, der Reservistenverband, die Deutsche Reserve. Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Gelegenheit genutzt, mit denen in Gespräch zu kommen. Ich habe Frau Wagenknecht dort nicht gesehen. Ich habe auch Sie dort nicht gesehen. Warum reden Sie nicht mit denen, die sich mit Verteidigung auskennen? Warum reden Sie nicht mit denen, die sich mit Abschreckung auskennen? Warum reden Sie nicht mit denen, die wissen, dass wir kämpfen können müssen, um nicht kämpfen zu müssen? Das ist der Punkt an dieser Stelle. Ihre Parteivorsitzende verweigert sich auch der Debatte hier in diesem Haus. Und deswegen müssen Sie sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie unsere Demokratie nicht verteidigen, dass Sie das Parlament an dieser Stelle nicht ernst nehmen und dass Sie nichts anderes sind als Radio Moskau hier in diesem Haus. Deswegen sage ich Ihnen, die seriöse Debatte endet an dieser Stelle. Und ich gebe jetzt ab an Radio Moskau. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Faber. Jetzt zur Rednerin der Debatte ist die Kollegin Sylvie Gattelen für die Gruppe BFW. Jetzt kommt Herr O-Ton, Radio Moskau. Das Niveau war auch schon mal besser, ja. Verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die einsame Entscheidung von Bundeskanzler Scholz, die Stationierung von US-Raketen in Deutschland abzunicken, bringt eine massive Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung mit sich. Wir alle haben davon aus der Zeitung erfahren. Dabei betrifft es den Kern unserer demokratischen Souveränität. Über den Einsatz würde nämlich allein die US-Regierung entscheiden. Diese Fehlentscheidung muss deshalb korrigiert werden. Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Bevölkerung im Osten, sogar 79 Prozent, ist gegen die Stationierung der US-Raketen. Es ist eine Frage der Demokratie. Hier nicht weiter wie bisher über den Mehrheitswillen der Bevölkerung einfach hinwegzugehen. Das Bündnis Sarah Wagenkirch fordert deshalb eine Volksbefragung über die US-Raketen, spätestens zu den Bundestagswahlen. Machen Sie den Weg dafür frei. Haben Sie keine Angst, die Bevölkerung mitbestimmen zu lassen in diesem Land? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 12586 an die in der Tagesordnung auch für den Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist strittig. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Federführung beim Auswärtigen Ausschuss. Die Gruppe Die Linke wünscht Federführung beim Verteidigungsausschuss. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Gruppe Die Linke. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU und AfD und die Vertreter des BSW. Wir sind jetzt bei der Abstimmung über die Federführung. Die Federführung soll beim Auswärtigen Ausschuss liegen nach der Mehrheitsmeinung dieses Hauses. Nach Auffassung der Linken soll es im Verteidigungsausschuss liegen. Ich frage noch einmal, wer stimmt für den Vorschlag? Das sind nur die Vertreter der Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU, AfD und die Vertreter des BSW. Damit können wir sicher festhalten, dass der Überweisungsvorschlag insoweit abgelehnt ist. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, Federführung beim Auswärtigen Ausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind die regierungstragenden Fraktionen CDU, CSU und AfD. Wer enthält sich? Niemand. Wer stimmt dagegen? Was jetzt ein bisschen irre ist, das sind die Fraktion Die Linke. Und was macht das BSW? Gar nichts. Gut, dann können wir trotzdem feststellen, der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Zusatzpunkt 3 und 4. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 12.812 und 12.636 in den Tagsordnung auf den Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 21.